Hey! Freund Paola, ich wollte auch ein bisschen was kaputt machen. In meine Show kommt Harald Jung in seine fucking große Bogen endlich hinaus und steht hier vorne. Und die Marelle Dietrich steht hier. Dann ist das eine wunderbare Kulisse für die Keulen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020